Wir werden heute in die Toilette reinfahren. Das ist eine der coolsten Kartrides, die wir jemals gespielt haben. Schaut bis zum Ende, um nicht die Toilette zu verpassen. Los geht's! Oh, Kaspar! Was geht ab, Brox? Hey, heute müssen wir in eine Toilette reingehen. Oh ja, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Ich nehme hier erstmal die Cola mit für die Achtaband-Fach. Ich glaube, ich nehme hier auch die Cola. Die Cola ist doch nicht verkehrt. Mach mal, mach mal, mach mal. Ich ziehe mal am Hebel. Lol, ich kann hier, guck mal. Ich kann hier die Weiche einstellen. Guck mal, ob die runterfahren oder nicht. Ach, man kann reinfahren in so ein Lava-Dingens, in so ein Lavasee. Oh mein Gott, warte mal, ich stelle das mal ein. Jetzt fahren die damit. Guck mal, guck mal. Ich stelle das ganz spontan, stelle ich das um. Stelle ich das um, warte. Ja, okay, okay. Und zack! Oh nein, zu spät. Oh mein Gott, guck mal! Nee, er stoppt. Oh, die haben angehalten. Ah, die waren schlau. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein paar Karts bauen. Wir können, glaube ich, sogar zu zweit rein. Ach stimmt, dann drück mal drauf hier. Ja, ich drücke drauf. Jetzt kommen wir rein, los, komm rein hier. Okay, okay, es geht los. So, und jetzt können wir losfahren. Bist du ready? Ey, weg da vorne. Aus dem Weg, Kollege. Nein. Oh nein, die Weiche, die Weiche brennt. Rückwärts, rückwärts. Oh mein Gott. Aber wir können doch rückwärts fahren. Wir können nicht rückwärts fahren. Das geht nicht. Ich dachte gerade schon, Alter, das war richtig klar. Okay, ich muss die Weiche ändern. So. Wir müssen uns hier nochmal kurz in Neu... Ey, die haben es schon wieder umgestellt. Ey, was? Als ob? Es wird aber spaßig hier. Okay. Oh, zack, rein. Okay, pass auf. Ich fahr ein Stück. Ich fahr ein Stück und du bleibst mit Freddy. Oh, jetzt sitzt einer neben mir. Yeah. Juhu, wir sind da endlich. Okay, okay, wir sind sehr gut. Das sieht man ein bisschen langsamer. Boah, das Ding ist gut. Wir müssen jetzt zu so einer Toilette, ne? Ich glaube, wir müssen vorher erstmal eine Pizza essen, um auch was in die Toilette reinzulegen. Alter, was ist das denn bitte? Du hast echt eine riesige... Hey, Zombie! Was? Für uns! Nein! Anhalten! Oder was sollen wir machen? Das machen wir jetzt. Sollen wir fahren? Wir fahren! Oh, ja, wir haben es überlegt! Der hat dir Schaden gemacht, grad, ne? Ja, ich bin... Alter, der hat mir echt wehgetan gemacht. Und was kommt denn da oben? Du kannst die Cola trinken. Du hast recht. Oh mein Gott, okay. Ich trink die mal und... Kriegst du, ich lebe wieder? Ja, mir geht's schon direkt schon wieder viel weg. Ja, du hast ja wieder lebt. Ja, du hast echt lebt wieder da durch. Das ist voll gut. Alles gut gegangen, alles gut gegangen. Sehr gut, sehr gut. Boah, ich fahr ja gerade... Okay, ich bin wieder full live. Ich fahr so gut jetzt hier gerade weg, gell? Alter, was kommt da bitte? Alles, siehst du da hinten das... Ich seh den Ball. Hast du nicht diese schleudelnden Äxte gesehen, die die Karts zerhauen haben? Nö, die hab ich... Vielleicht sind die kaputt gegangen, weil die Karts zerhauen haben. Ah, das kann sein. Oh mein Gott, da fährt die ganze so ein Kart ins Lava rein. Ey, da geht's wieder um die... Wow, was ist denn Bus los? Alter, es ist gerade ein Bus auf die... Nein! Hey! Och, Mano, unser Kart! Ey, ich bin hier noch oben drauf. Was soll das denn? Ich müsste jetzt hier so ein Obby machen. Guck mal, ich kann jetzt hier ein Obby machen. Ha, ha, ha! Ey, die kommt jetzt runter. Ach, nein, jetzt kommt runter hier. Ja, ich komme. Schau mal direkt das neue Teil. Genau, ich hole das neue Teil. Sag, komm rein hier, komm rein hier, schnell! Und los! Jetzt gibt es Gummi. Nein! Die Weiche! Umweichen! Ey, es ging nicht. Nein. Wir müssen die um... Hä, wieso kann man die jetzt nicht umstellen? Jetzt, okay, jetzt schnell. Jetzt kann man die umstellen. Schnell, 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 schnell. Komm, wir holen uns wieder Kart hier. Und zack, rein hier! Okay, 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 sehr gut. Und jetzt? Schau mal losfahrt, schau mal losfahren. Weg da! Ey, Mann! Was macht die? Ey, wo fangeln jetzt lang! Nein, falsche Richtung! Mano! So, jetzt aber, die soll da jetzt mal abhauen. So, warte, jetzt! Okay. Jetzt! Jetzt! Ja! Jawohl! Ganz ruhig, ganz ruhig jetzt hier. Da macht sie den Beyblade anscheinend. Ich weiß, das hat die echt nicht... Okay, das sind jetzt die Äxte irgendwo, die du gerade meintest. Ja, 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 safe, safe. Ich mach mal ein bisschen schneller, ja? Oh mein Gott, da ist diese eine Obby oder sowas, die wir gerade eben nicht hatten. Welche Obby? Du hast recht? Hä, das sind immer andere Sachen dann, weil da waren eben die Äxte, die ich meinte. Ich glaube, wir müssen mal kurz stehen bleiben oder so. Ich muss auf jeden Fall gleich was machen. Sonst ist das echt zu krass. Boah, ich hab echt Angst, dass wir da jetzt gleich drauf gehen. Ich hab auch sonst mega Angst. Ich hab auch mega Angst. Ja, hauptsächlich, du drückst schneller auf die Bremse dann, ne? Ja, ja. Wenn die zu schnell sind hier, wir sind ganz schön schnell gerade. Das Ding ist weg, das Ding ist weg, das Ding ist weg oben. Oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt schnell durch, jetzt schnell durch. Oh, oh, da kommt eine Rakete. Oh, oh. Oh, die Äxte, die Äxte, die Äxte! Alter, die hab ich gar nicht gesehen, Alter! Oh mein Gott, war das knapp gerade. Alter, da fliegen Raketen. Siehst du die Raketen rumfliegen? Ich seh, nee, wo sollen die sein? Die sind hier einfach, oh, die sind ja gerade gewesen. Oh Gott. Ich seh die nicht, ich seh die nicht. Da, von rechts, doch da! Alter! Brems! Alter! Was machst du? Wieso? Hinter uns! Oh! Oh! Mann, oh! Ey, das kann doch nicht sein, Mensch! Ey! Oh, wir sind schon fast bei der Pizza, Kasper. Oh mein Gott! Siehst du, die Rakete, die da kommt? Ja, die müssen aufpassen. Oh nein, bremst! Nein, 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 nicht bremsen. Wenn du jetzt bremst, dann trifft die uns. Ist ja von links da irgendwo einer, nee. Hier, pass auf, warte mal. Alles gut. Ey, wir sind so weit wie noch nie. Warte, drehen kurz. Stopp, 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 stopp. Hause! Stopp! Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Wärst du nach oben gefahren, wären wir draufgegangen. Okay, warte mal, warte mal, halt noch mal an, halt noch mal an. Ja? Kommt da jemand hinter uns? Ja, wir sind richtig jetzt, ne? Okay, jetzt schon mal direkt in die Pizza rein. Oh mein Gott, was kommt da jetzt? Oh, guck mal, die sind echt lecker. Die sind echt lecker, ne? Salami! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Untergang ist geweiht. Hinter uns, oh mein Gott, es passiert alles. Guck mal, hinter uns. Was? Hä? Wir sind da! Wir sind da, ja. Guck mal! Oha! Wie krass ist das denn alles? Hey, und der Untergang ist gerade geweiht, ne? Wir können das theoretisch immer jetzt hier... Oh lol! Und jetzt können wir hier einfach so Untergangssachen benutzen. Bananen. Die Bananenschalen. Ja, ja, die Bälle und sowas. Ja, das können wir hier noch so benutzen. Hier, das Teil können wir benutzen. Hier, roter Weg. Alter, wie cool! Wie krass ist das denn? Ja, sehr gut. Hier, zum Spawn können wir die zum Beispiel jetzt richtig trollen. Okay, wollen wir mal machen? Warte mal, kann ich schnell... Guck mal, hier, so. Ah! Ja! Sehr gut. Oh Gott, da kommen Zombies! Ah, Hilfe! Lauf weg, schnell! Hilfe! Ah! Oh Gott, so Gott, so Gott, so Gott. Hier nochmal, so, zack, ungeschnellt. Oh Gott, wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Ich glaube, in jedem frei. Guck, 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 guck. Pass auf, pass auf, pass auf, guck. Die fährt jetzt. Vollgas! Die fährt jetzt, pass auf. Ja! Äh, nein! Hab ich so lost? Das war falsch! Warte, du riecht ihr auch noch! Aber sie hat trotzdem gecrasht. Okay, warte, lass doch, lass doch. Und jetzt, pass auf, jetzt, pass auf. Ja, hast recht, hast recht, hast recht. Okay. Jetzt, schön, jetzt kommt die jetzt. Genau, wenn die erst gleich durchfahren, dann können wir jetzt nämlich das schön... Oh, Achtung, die Bälle. Oh, jetzt, 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 jetzt! Die, oh! Dann lassen wir zur Toilette gehen. Okay, ich muss nämlich auch dringend. Bis gleich. Bist du bereit, um in die Toilette da vorne zu gehen? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich berühre nicht Kaka. Das würde ich nämlich richtig eklig finden. Ich würde auch nicht Kaka berühren. Das Ding ist, wir können jetzt hier einfach so einen Karts scoren. Oh mein Gott. Und jetzt geht es los hier. Okay, bist du bereit? Ja. Ich habe mich überholt. Hä? Ich bin jetzt hinter dir. Okay. Ja, sehr gut. Guck mal. Wir haben hier alles. Wir haben hier zum Beispiel so eine Badewanne, Waschbecken. Wow. Hey, du musst auch mal crashen. Das war richtig knapp gerade. Ich sage dir, aber kann man hier auch die Geschwindigkeit von dem Kart einstellen? Nee, nee, da kann man nicht einstellen. Ey, warum bin ich so langsamer als du? Ich bin schneller als du, oder? Du bist echt schneller als ich, ne? Ich habe das bessere Kart, glaube ich. Aber guck mal. Wow, hier kommt ein Hobel. Wow, pass auf. Aua. Oh, Alter. Voll krass. Was ist denn jetzt hier für ein Raum? Hä, so ein Spielzeugraum? Denkst du, der kleine Jimmy hat die Toilette vollgekackt, dass wir da reinfahren müssen? Es kann sein. Es kann sein. Wir sind das Reinigungsteam. Wir sind das Reinigungsteam. Auf, auf und davon zu reinigen. Auf geht's. Los geht's. Aber warte mal, ist es nachts draußen? Hast du es auch gerade gesehen? Es ist dunkel draußen. Oh, hey. Hä? Ich bin fest. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Hey, ich bin fest. Das kann ich nicht glauben. Warum bin ich als einziger fest? Na gut, komm, ich bin rausgesprungen. Komm, wir gehen wieder zum Anfang. Auf, auf und zum Hubbel. Oh, es geht los. Hey. Hey, das kann nicht wahr sein. Nein, doch jetzt. Komm bei mir. Oh mein Gott. Ausgetrickst. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Alter, wo bin ich? Pass auf, pass auf. Ich war hier in so einen Lüftungsschacht mit Säure rein. Du auch? Ich bin auch im Lüftungsschacht mit Säure rein. Ich bin direkt hinter dir. Aber warum hat man ja kurz gebremst? Alter, wie krass. Ich weiß nicht, du bist anscheinend, du hast so viele Tacos gegessen, glaube ich. Ich glaube auch. Die muss ich mal gleich in der Toilette entleeren, ne? Ich glaube aber wirklich. Alter, wo sind wir denn? Hier ist so ein Schleimmonster. Oh, was? Alter, es guckt mich an. Wow. Das guckt mich an. Stimmt, das guckt mich auch an. Und hier ist eher die Toilette. Guckt mich auch an. Guckt mich das so an, ey. Das Schleimmonster und die Toilette, ne? Was will der denn von mir, sag mal? Alter. Das ist ja richtig eklig. Das stinkt hier auch ganz, ganz eklig. Das ist richtig eklig hier gerade. Das Schleimmonster ist einfach, das war mal eine Kackspur und jetzt ist es einfach ein Monster. Bist du, wo bist du da vorne? Ich bin hier hinten gerade, fast da steht hier ein Schild. Oh, sehr gut. Wir sind fast bei der Toilette. Was glaubst du, kommt denn am Ende von dieser Achterbahnfahrt? Ich glaub, wir werden in die Toilette reingeplumpst. So wie so ein... Oh was, das kann sein, ne? Das ist ja auch richtig krass. Ja, ich glaub schon. Das Ding ist, man kann sogar eine Newb drücken und sowas, ne? Hab ich auch schon gesehen. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Das ist auch nochmal ein Kackhaufen riesiger. Was? Oh mein Gott. Oh, da hinten soll, angeblich, der Ausgang sein. Hä? Was kommt da? Achtung. Ui. Oh, das stinkt hier aber auch echt. Ey, dass die ihr uns auch immer anguckt, ne? Diese Kackdinges. Der guckt mich so an, als hätt ich mich irgendwie verschuldet oder so, als hätt ich irgendwas gemacht. Als hätt ich in die Hohlen gekackert, also. Ist so. Hab ich gar nicht, ey. So, ich bin jetzt auch in die Hohlen hinter dir. So, hier Ausgang und... Es geht hier wieder runter, Hobel. Oh, hier kommt noch ein Hobel. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Da hinten. Das Ende, ich seh's. Die Mega-Toilette. Die Mega-Toilette. Oh mein Gott, die Mega-Toilette. Was? Ich bin sehr gespannt. Was kommt da jetzt gerade? Hey. Oh, Hilfe. Bitte nicht. Ich will nicht in die Toilette. Hilfe. Guck mal, wie der schielt. Oh mein Gott, wir werden da gleich reingeboostet, ne? Der schielt ja extrem, die Toilette. Oh nein. Ich will das nicht. Achtung. Ich will das nicht. Achtung. Nein. Bitte nicht. Oh mein Gott, pass auf. Ich bin... Oh nein. Warte, hast du nicht überlebt? Ich hab nicht überlebt. Ich bin in die Toilette reingeflogen. Wo bin ich? Was? Ich bin hier, Leute. Ich bin am Ende der Toilette. Ich auch. Guck mal. Mit einem Lava-Path und sowas. Alter, wie krass ist das denn bitte? Ey, wir sind einfach der... Nein. Die Toilette entkommen. Wir sind einfach reingeplumpst. Sehr gut. Das war's gewesen, Freunde. Wenn ihr von euch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt euch unbedingt beim Videos aus. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.